Hallo, mein Name ist Anja Wagner-Kolleritsch, ich bin Psychologin und Elternbildnerin und werde heute zum Thema Gefühle einen kurzen Vortrag halten. Jeder von uns kennt Situationen, in denen wir unseren Gefühlen ausgeliefert waren, in denen wir einfach nicht unter Kontrolle hatten, wie wir uns fühlen. Willkommen in der Welt der kleinen Kinder. Kleinen Kindern geht es immer so. Sie sind von ihrer Gehirnentwicklung noch nicht fähig, ihre Gefühle kontrolliert auszudrücken. Sie erleben etwas und sind den Gefühlen ausgeliefert, ohne etwas dagegen tun zu können. In unserem Gehirn gibt es verschiedene Gehirnareale, die für unterschiedliche Funktionen zuständig sind. Das limbische System kontrolliert den Gefühlsausdruck. Im limbischen System wird kontrolliert, dass die Tränen kommen, das limbische System steuert, dass wir rot anlaufen, wenn wir wütend sind. Das heißt, der rohe Gefühlsausdruck wird im limbischen System gesteuert. Dann gibt es ein zweites Gehirnareal, die Großhirnrinde, wo die Erfahrungen gespeichert sind, das bewusste Denken und das Bewerten von Situationen. Bei uns Erwachsenen sind diese beiden Gehirnareale schon durch sehr, sehr viele Nervenbahnen verbunden. Das heißt, diese beiden Gehirnareale kommunizieren miteinander. Diese Verbindung fehlt kleinen Kindern. Das heißt, ein kleines Kind sieht etwas, erlebt etwas und ist sofort seinen Gefühlen ausgeliefert. Wie die Kinder ihre Gefühle zeigen, wie die Kinder ihre Gefühle erleben, hängt ganz stark von ihrem Temperament ab. Es gibt Kinder, die sehr intensiv fühlen und erleben. Es gibt Kinder, die sich auf den Boden wuchten, herumbrüllen, mit den Fäusten auf den Boden schlagen. Es gibt Kinder, die sich eher zurückziehen und bocken. Es gibt sehr ausdauernde Kinder. Das heißt, Kinder, die sehr ausdauernd sind, haben Wutanfälle, die oft bis zu einer halben Stunde dauern. Es gibt Kinder, die sind leicht ablenkbar. Es gibt Kinder, die einfach schwerer ablenkbar sind. Das Temperament ist etwas, mit dem die Kinder auf die Welt kommen. Das Temperament ist einzigartig und von den Eltern leider nicht frei wählbar. Die Autonomie-Phase oder die Trotzphase, wie sie im Volksmund genannt wird, ist eine ganz besondere Entwicklungsphase bei kleinen Kindern. In dieser Zeit erleben Kinder ihren eigenen Willen. Sie merken, dass sie nicht untrennbar mit ihren Bezugspersonen verbunden sind, sondern dass sie eigenständige Menschen sind. Wenn die Kinder ihren Willen entdecken, möchten sie ihren Willen natürlich durchsetzen und dabei stoßen sie immer wieder auf Hindernisse. Das heißt, sie wollen Dinge, die sie noch nicht können oder sie wollen Dinge, die sie nicht dürfen. Dabei sind sie von starken Gefühlen begleitet und sehr oft sind dann sogenannte Trotzanfälle oder Wutanfälle an der Tagesordnung. Diese Entwicklungsphase ist ganz, ganz wichtig für die Kinder, denn sie lernen in dieser Phase, wann sie sich durchsetzen können und wann sie sich anpassen müssen. Ein typischer Trotz- oder Wutanfall läuft nach einem ähnlichen Muster ab. Es gibt einen Auslöser. Diese Auslöser sind ganz unterschiedlich. Sehr oft sind es Dinge, die man mit den Kindern machen möchte. Das heißt, man zieht sie an, man wickelt sie, man gurte sie im Auto an oder man verlangt von den Kindern etwas, man unterbricht sie in ihrem Spiel. Oder ganz einfache Dinge wie man betritt das Zimmer und schaltet das Licht ein, obwohl das Kind das Licht einschalten wollte. Das Kind kommt dann in die Wut und bleibt je nach Temperament in der Wut drinnen. Das kann wie schon erwähnt bis zu einer halben Stunde dauern und danach beruhigt sich das Kind wieder. Das Einzige, was man als Eltern falsch machen kann in diesem Wutausbruch, in diesem Trotzanfall, ist, wenn der Auslöser zum Beispiel der Lutscher an der Supermarktkasse ist, dass man nachgibt und dem Kind diesen Lutscher kauft. Denn dann verinnerlichen die Kinder, wenn ich lang genug schreie, dann setze ich mich mit dem Schreien durch. Kleine Kinder können sich oft an den Auslöser, nachdem der Wutanfall vorbei ist, nicht mehr erinnern. Das heißt, Erziehungsmaßnahmen wie über das zu sprechen, was davor passiert ist, bringen sehr wenig. Auch ist es so, dass Kinder in der Wut, in der stärksten Wut so etwas wie einen Realitätsverlust erleiden. Das heißt, sie schreien sich wirklich weg. Das erschüttert die Kinder auch sehr, was erklärt, dass sie danach ein erhöhtes Bindungsbedürfnis haben und einfach Zuneigung und Nähe von den Eltern wollen. Was Kinder brauchen, wenn sie einfach ihre Gefühle so stark zeigen, ist, dass man ihnen Zeit gibt, diese Gefühle auszudrücken. Die Kinder brauchen Zeit, um wieder hinunterzukommen, um sich wieder zu beruhigen. Dann ist es auch wichtig, dass die Kinder erleben dürfen, dass jedes ihrer Gefühle akzeptiert wird von den Eltern. Das heißt, dass sie eine Ausdrucksmöglichkeit haben dürfen, um ihre Gefühle auszudrücken. Den Kindern hilft man, besser mit ihren Gefühlen umzugehen, wenn man immer wieder ihnen Worte für das gibt, was passiert. Genauso wie die kleinen Kinder lernen, dass das ein Baum ist, eine Katze, ein Hund, müssen die kleinen Kinder auch Worte für ihre Gefühle erlernen. Das heißt, du ärgerst dich jetzt, das zipft dich an. Du bist traurig, hilft den Kindern immer wieder, wenn sie das immer wieder hören, die Worte mit der Situation zu verknüpfen und irgendwann müssen sie sich nicht mehr wütend auf den Boden schmeißen, sondern können sagen, das zipft mich jetzt aber an, dass ich diesen Turm umgeschmissen habe. Für uns Eltern sind diese Wutanfälle sehr herausfordernd. Die Wut ist ansteckend, wir werden selbst mitwütend und es ist sehr anstrengend, mit tobenden kleinen Kindern den Tag zu verbringen. Uns hilft es einfach zu wissen, dass diese Wutanfälle zu einer gesunden kindlichen Entwicklung gehören. Es hilft uns zu wissen, dass die Gefühle ansteckend sind. Das heißt, es sind nicht unsere Gefühle, die wir da fühlen, sondern wir übernehmen die Gefühle unserer Kinder. Und ganz, ganz wichtig ist es einfach, dass wir gut auf uns schauen, uns immer wieder auch Auszeiten nehmen, damit wir in unserer Kraft bleiben und die Kinder in dieser Entwicklungsphase gut unterstützen können. Ein sehr bekannter Entwicklungspsychologe hat gesagt, gute Eltern machen 13 Erziehungsfehler am Tag und ich sehe das als einen Appell, Abschied von einem Perfektionismus zu nehmen, der uns Eltern zu sehr stresst und den Alltag mit den kleinen Kindern noch herausfordernder macht, als er sowieso ist. Vielen Dank für Ihr Interesse an dem kurzen Vortrag. Ich wünsche Ihnen viele, viele schöne Momente mit Ihren Kindern und denken Sie daran, Kinder wollen keine perfekten Eltern haben, Kinder wollen authentische Eltern. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.